Wo war der Bahnhof? Da hinten, ne? Du hast nicht so gewiesene Talentpunkte? Wieder mal. Okay, überleben. Was war das? Hunger, yeah, yeah. Was haben wir hier? Rennen, Reiten, Ötka als Geschwindigkeit. Da braucht man nicht. Dann machen wir erst einmal... Ja, komm, wir machen erst einmal das. So, haben wir aber... Wir haben keine Talentpunkte mehr. Gibt es hier Mülleimer zum Looten? Ich brauche Essen. Irgendwo muss es doch was zu essen geben. Natürlich ist da wieder ein Polizist. Da, wo die Automaten sind. Ne, der Polizist weg. So. Nice. Nein, das wollte ich nicht. Ach so, ähm. Upsi. Ganz schnell weg. Bevor er mich, äh, irgendwie erwischt. Komm, Karl. Ich brauche dich, Karl. Mit Karl sind wir schneller. Ja, ich glaube, hier drunter reicht es zu verstecken. Was sagen wir zu der Polizei? Nicht heute. Hier können wir hoch, irgendwie. Wir müssen an die Feder kommen. Hier kommen wir an die Feder. Hier außen rum, bestimmt. Und dann gucken wir mal gleich, wo es noch mehr Quests gibt. Und hier unten nicht. Aber hier ein R. Hier nochmal ein R. Noch ein reicher Mann. Hier der Clown wieder. Da nochmal der Clown. Hier nochmal der Clown. Hier ist sein Shop. Und ich halte hier, äh, unsere Haupt-Quest. Ah, nice. Zwiebel verdorben. Lecker. Und. War ich nicht. Ah, dann warte ich. Hier war das irgendwo. Nein, nicht runter. Und ich fahre hier runter. Das ist den ganzen Weg wieder von vorne nach oben. Ah, toll. So, dann hier nochmal. Den ganzen Weg wieder nochmal von vorne da hoch. Obwohl, können wir hier irgendwo hoch? Ah, das funktioniert auch. Okay, dann suchen wir uns mal eben den Weg zu der Quest. Hier. Gibt es hier noch was zu essen? Ah, nee, aber das nehmen wir mal mit. Danke, Carl. Kann ich super fangen. Okay, wir müssen aber auch noch ein bisschen aufleveln. Okay. Und schnell weg. Komm, Carl. Brauch dich. So, da haben wir nochmal zwei Automaten. Wir warten, bis der hier weg ist. So, gönnen wir uns. Nice. Leben wieder voll. Und da haben wir wieder ein paar Creeps. Äh, nicht Creeps. Hier, äh. So, dann können wir das hier lernen. Großer Tisch. Nice. Haben wir schon sieben von neunzehn. Ah, hier gibt's ein Burger-Laden. Ultimate Burger. Ultimate Burger. Kaufe Burger für 6,50$. Ne, danke. 6,50$ lieber nicht. So, da haben wir wieder die nächste Quest. In dieser Quest, aber... Begge. Begge. I... Also, sorgen dafür, dass die Leute von Autos angefahren werden. Okay, also, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Hier, kommt her. Ich glaube, keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, dass die Leute hier überfahren werden. Zählt das? Oder zählt das nicht? So, wo sind die Autos? Es sind echt zu viele Leute jetzt hinter mir her. Da ist auch noch ein Auto. Oder muss ich selber überfahren? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ah, zwei habe ich jetzt geschafft. Okay, so geht das. Äh, warte. So, warte. Ich glaube, so einfach funktioniert das nicht, diese Quest. Die werden wir nicht hinkriegen. Die schaffen wir wohl nicht. Das machen wir vielleicht ein anderer Mal weiter. Keine Ahnung, wie ich das sonst hinkriegen soll, dass die von den Autos angefahren werden. Oh, hier, komm, 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 komm. Ja, okay, komm, dann. Autsch. Eingepennt, schon wieder. Ja, egal, dann suchen wir uns mal eine andere Quest. Oder hier sind wieder, hier paar, äh, wie heißen die Dinger nochmal, die, äh, wir sind ja die Creeps, das sind die Bugs, genau. So, komm, 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 weg mit denen. Dann haben wir jetzt einen neuen Bauplan, nice. Gartenlaube. 8 von 19 haben wir geschafft Und da vorne ist noch ein Creep Das wir retten müssen Aua Nice Ach da ist immer noch einer Ja komm her Ich weiß 15 Creeps gerettet Nice So wo haben wir jetzt die nächste Quest Obwohl wir könnten Ne wir machen das noch nicht Wir gehen hier hin So und Oh ähm Apala So Ne wir sind die noch nicht Wir haben die noch nicht verloren Die Bullen Ah toll Kann ich hier jetzt runter Vielleicht hier unten verstecken Ne hier können wir uns nicht verstecken Super Geht auch nicht wirklich weiter Ja Carl ich brauche nicht mal Schnell Schnell Okay hier sind wir gut versteckt Und da sind sie wieder So dann gehen wir jetzt wieder runter Der hat bestimmt wieder eine Bombenaufgabe für uns Der Clown Obwohl wir können uns erstmal um die Creeps da hinten kümmern Ah nicht die Creeps die Bugs Ah nicht die Creeps die Bugs Autsch Autsch Okay aber hier gibt es bestimmt was zu essen oder Ne weg damit Ah hier ein ganzes Buffet Nice Äh nein Die Zwiebel wollte ich essen Das wollte ich auch noch essen Nice Oh ein ganzes Festmalt hier Wirklich Das nennt man Leben Wie im Paradies Ich wollte es mal einfach ausprobieren Ja Wo geht es denn hier runter Ich glaube doch nie Wirklich irgendwo hin Ah wie da ist denn Nice So Gönnen wir uns mal Achso da komme ich nicht mehr raus Schade So wo ist Karlchen So wir suchen uns nochmal den Dude raus Ah ist immer noch markiert Damit wir die Quest machen können So Und hier nochmal runter Okay die Polizei hat jetzt zum Glück nicht hinter uns her So Was willst du jetzt Was willst du jetzt Was ich sprengen A local auto shop Simpel ist das Ja okay Und wieder anderthalb Minuten natürlich Dann gehen wir noch mal rein Dann gehen wir nochmal ran sprengen Äh schnell der Polizei lieber vorbei So und dann viel lang So und dann viel lang Das ist ja nicht Hier nicht So Wo ist denn das markiert So, dann hier hoch nochmal. Die kümmere ich mich ein andermal. Ja, um euch kümmere ich mich ein andermal. Ey, aus dem Weg. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Ah, da hinten zum Tunnel, okay. Da haben wir das Ziel schon. Und, ja, nice. Bregen wir mal den Tunnel. Ja, schnell von der Polizei weg. Boah, da hinten waren wir noch gar nicht. Können wir auch da hin? Ah, okay, hier ist Alpha-One. Level 15 Creep haben wir Level 10 erreicht. So, was können wir jetzt aufleveln? Level 10. So, machen wir das. Taubenfähigkeit, Abklingzeit werden verkürzt. Obwohl, wir könnten das hier mal machen, damit wir ein bisschen mehr oder länger Essen in uns behalten. So, und hier. Können wir hier nochmal was lernen? Alter, was ist denn das denn für einer? Ja, komm her. Komm. So, hier gibt es doch bestimmt auch noch was zum Lernen, oder? Ein kaputter Spiegel, nice. 9 von 19 haben wir schon gelernt. Und da hinten gibt es auch noch welche. Kommen wir da, ja, von hier aus kommen wir da hin. Wir müssen uns aber auch mal später um den Basenbau kümmern. Wir haben ja erst mal mittlerweile eine geile Basis. Das ist eine große. So. Komm her. Hier geblieben. So, wo ist der? Nice. Ah, da haben wir wieder diese Pflanze. Was ist denn das überhaupt? Bärenknoblau. Ähm. Okay. So, was wollen wir jetzt machen? Hier. Hier sind wieder welche. Okay. Ach, die sind unter uns. Autsch. Yo. Hier geblieben. Nice. Und dann können wir das hier jetzt lernen. 10 von 19 haben wir jetzt. Perfekt. Und hier haben wir den Clown wieder. Äh. Bugüberfall bevorstehen. Bugs drohen deine Basis zu überfallen. Wenn du das Schutzgeld nicht bezahlst. Was willst du dagegen tun? Ja, wir bekämpfen die wieder. Carl, ich brauche dich. Wir müssen jetzt ganz schnell zur Basis. Hey, hey. So. Wo geht's hin zur Basis? So. Dann hier rum. Welche Basis ist? Welche hier überfallen wird? Unsere Haupt- oder ja, unsere unsere Startbasis. Die wird überfallen. Dann müssen wir jetzt reinkommen. Dann müssen... Genau. Hier müssten wir jetzt reinkommen. Ah, und da sind... Ja, vernichte alle Bugs. Genau, kaputt zu machen. Also, der lebt noch. Ist hier noch einer? Ja, komm. Ähm, nee, warte. Autsch. Wie können wir den da jetzt kaputt machen? Müssen wir den kaputt machen, irgendwie. So. Dann können wir... Yo, geh kaputt. Yo, dat wäre ganz knapp. Okay, Bugs vernichtet. Den einen mag ich irgendwie nicht. Der macht uns immer... Wierigkeiten. So, komm, schlafen. Ah, kommt. Lieber zurück. Können wir irgendwie noch... Wir müssen mal sammeln. Wir müssen Schrott sammeln. Und essen. Gehen wir mal auf Schrottsammeljagd. So. Und hier muss es bestimmt auch noch was zu essen geben. Und hier müssen wir noch was wir alles daraus machen können. Vielleicht können wir es recyceln. Ach, Karl. Ach ne, die auch noch schon wieder. Ähm, nein. Eingepennt. Okay, dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt auch nochmal ein kleines Päuschen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. Eingepennt. U�. Wie House Supreme. covering. Eingepennt. Und auch. 아요. from punya stein. Und zwar irgendwie... Und wir können hier in einem... einen weiteren financially transportier siten. So, mir ist jetzt aufgefallen, ich habe gerade vergessen, eine Tone aufzumachen, äh anzumachen. Ich labere hier aber, Tone war noch aus, echt super von mir. So, was ich gerade gesagt hatte, OBS ist mir gerade irgendwas mit passiert, oder zumindest der Stream war abgeschmiert und dann läuft es jetzt aber wieder weiter, ganz normal. Komm, nimm das auf. So, was gibt's denn hier oben? Äh, Karl, du bist im Weg. So, und dann hier hoch, will ich wissen, was hier oben gibt's. Ne Feder, nice. Immerhin. 4 von 10 haben wir jetzt fürs Erste und 4 von 50 insgesamt. So, und dann gibt's hier nochmal wieder zwei Automaten. Hatten wir die schon gemacht? Kaputt. Okay, die können wir nicht nochmal loopen. Den hatten wir schon. So, dann gehen wir mal hier hoch. Beziehungsweise, hier hatten wir irgendwo noch eine Quest gehabt. Den machen wir lieber nicht. Ne, das war der, den wir nicht machen wollten. Aber komm, wir gehen mal hier hin. Äh, genau, die richtige Richtung haben wir schon geguckt. Ah, wir sind schon da. Und hier ist noch so ein Pinkepilz. Können wir hier irgendwie durch? So, genau, hier oben konnten wir rum... Ah, nein! Obwohl, hier haben wir wieder Müll. Können wir ein Karlchen weitergeben. Wo ist Karl? Da. So. Was haben wir hier? Nice. So. Und hier nochmal. Jo. Toll. Ach, so. Das kann ich nicht einfach so mitnehmen. Okay, dann lassen wir das mal. Und schnappen uns den Pilz der hier sein soll. Hier war der doch. Da ist er. So, nice. Yo. Rührt er erstmal wieder. Und kommen wir hier irgendwie auch da hoch? Was ist denn das? Oh, hier ist noch ein Pilz. Glühpels. Was sind das? Also, für ein Lager. Wessen? Kommen hier jetzt ein paar Bugs vor, oder? Wir haben hier auf jeden Fall wieder Müll. Komm, Karl, wo bist du? Ach, komm, Karl. Willst du auch richtig fangen, ja? Nice. Und so. Den hatten wir schon. Den hatten wir. Warten wir alles. Was ist denn das? Ich glaube, das wird später noch relevant. So, hier ist sonst nichts. Ah, doch. Hier ist so ein Pilz wieder. Blau Schimmel. Jo. Wieder eiskalt hier. Ich komme hier gerade nicht hoch. Doch. Ah, da sind wieder ein paar Bugs. Jo. Komm her. Nice. Wieder ein Levelaufstieg. Ich bin so glücklich, dass ich einen anderen Kreeke sehen kann. Ich habe dir einen. So. So, wie sieht es hier jetzt aus? Okay. Und dann können wir jetzt hier wieder... Komm, wir machen das hier. Ähm. Wo wollten wir jetzt hin? Irgendwie hier hoch, ne? Genau. Hier kommen wir nicht rein. Hier. Hier. So, Baumodus. Katalog öffnen. Nee. Nee. Können wir noch nicht machen. Das ist noch gesperrt. So, was ist hier? Herstellungswerkbank. Recycling Tonne. Nehmen wir mal. Ach, können wir nicht bauen. Ah, okay. Uns fehlt noch einiges. Wir müssen noch einiges machen, damit wir hier auch ordentlich bauen können. Ich glaube, wir müssen noch einiges machen. Hallo! Ja, ja, ja. You're going down, Crete. You shouldn't have messed with the bugs. I'm my love.